Oh Mann ey, letzter Tag IAA. Ich geb's ja zu, auch ich hab jetzt die flachen Schuhe an. Das hält ja kein Mensch aus. Ich will geil wissen, wie viele Schritte wir gegangen sind, ehrlich. Doch, das wär doch jetzt mal cool. Lass uns das doch mal abgehen. Den ganzen Weg nochmal. Ja, einmal von Anfang bis Ende. Na ja gut, das ist so ein... Komm hier, die Jugend hat immer so komische Apps für so das. Ja, Schrittzähler. Start, fünf, vier, drei, zwei, eins, auf geht's! Zählt als Ausfallschritt. Ach, weiter geht's. Es ist so anstrengend. Ich kann gar nicht. Schneller. Wenn man auch noch angeht. Wahnsinn, wir rennen ja schon. Meine Hanno, Wahnsinn. Wie viele Schritte wir jetzt schon gemacht haben. Ich kann nicht mehr zählen. Ich kann auch grad nicht gucken. Ich hab Durst. Und wir sind erst hier. Du sagst, wir waren jetzt auch schon 15. Ich will mal einen Eisraum. Oh ja, wie viele haben wir denn? Wie viele Schritte? 735. Oh ja. Es hält sich ganz schön viel an eigentlich. Mal nach Hause. Oh, Sarah. Oh, voll anstrengend. Oh. Ich kann nicht mehr. Nee. Geht gar nicht. Geht gar nicht. Oh. Das macht doch gar keinen Spaß. Oh. Oh. Ja. 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 Geschafft. Halle 1 bis 11. Wie lange oder wie viele Schritte sind wir jetzt gegangen? 1.930 Schritte. Alter Schwede. Das ist ja über einen Kilometer. Ja, krass. Und das? Ja, na. 1500 Mal. Ich hab meine Schminktasche vergessen. Das ist ja auch. Nee, oder? Das kannst du alleine machen. Nein. Bitte komm. Auf der Gäste. Komm schon. Na mit. Na mit. Na mit. Na mit Vielen Dank.